Ich bitte den Herrn Fröntgen aus der Emprohre, das Silben hier erst einzustellen. Das hat sich keine Bewegung von Papagor, die hätte vorher vorhanden gemeint werden müssen. Und die liegt nicht vor. Also bitte, können Sie das Silben einstellen. Das ist die Freude, Herr. Du gehst mir zum richtigen Tisch. Ich möchte Sie höflich bitten, weder Videos noch Fotos zu machen von dem Herrn Franke. Er persönlich, weil er hatte vorhin angekündigt, dass der Verband das gesagt hat. Er hat mich gerade gebeten, dass ich Ihnen das sage. Ich weiß nicht, vor wem er es hat. Er kann natürlich jetzt nicht auf dem Ring aufstehen. Ja, nee, das ist logisch. Aber ich habe den Erich Dreheke gefragt. Der NRWV und der Nordrhein-Westfalen-Verband hat keinen Ausspruch gemacht, dass hier ich persönlich, ich persönlich nicht filmen darf oder fotografieren darf. Das sollte schriftlich erfolgen, was ja auch der Boxring Hilden gemacht hat mit dem Hallenverbot. Es wundert mich, ich meine, ich werde das einstellen. Und es wundert mich, dass das so inoffiziell gemacht wird. Dazu kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das kommt aber alles bei YouTube mit rein. Und noch mal eine andere Frage, noch anders. Ich filme nicht in meinem Namen, sondern im Namen. Moment, das ist eine persönliche Sache gewesen. Ich habe den Trainer von Boxring Essen gefragt, ob ich seinen Mann für ihn filmen soll. Hat er ja gesagt. Ich filme für den Boxring Essen. Ist da auch ein Verbot erteilt worden? Das kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das ist ja das Interessante dabei. Aber der Kampf ist sowieso...